...enthält ein Fünchen Wahrheit. Und ich kenne eine, die... ...neu für Sie ist. Dr. Jones. Ich würde gern auf die... ...Waffen verzichten. Nur zu? Dann gibt's was auf die Zähne. Was führt dich in den Vatikan? Ich suche jemanden. Er hat mir was gestohlen und ich will wissen, warum. Ich untersuche das Verschwinden einer Person, die mir sehr nahe steht. Ihr Freund, Emmerich Voss, steckt dahinter. Also dieser große Kreis. Die glauben, er ist eine Verbindung zu einer Art Macht? Voss zumindest. Er denkt, er kommt so in die Geschichtsbücher. Das muss ich mir genauer erzählen. Der Kreis muss geschlossen sein um... Und was? Es gibt immer einen Auslöser. Jones! Viel Glück, Indy. Der Legende hat diese Relikte eine große Macht, die den Lauf der Geschichte ändern könnte. Sie spielen mit Kräften, die Sie nicht kontrollieren. Sie machen das gut, Herr Jones. Gut genug, um Ärger zu bekommen. Alles. Ich will einemelu voisin. Wollen Sie nicht wissen, was SieELIPEMAN liver indexetieren können? Wissen, worum es hier geht? Und da hab ich... Jede Geschichte enthält ein Fünnchen Wahrheit. Und ich kenne eine, die neu für sie ist. Dr. Jones. Ich würde gern auf die Waffen verzichten. Nur zu? Dann gibt's was auf die Zähne. Was führt dich in den Vatikan? Ich suche jemanden. Er hat mir was gestohlen und ich will wissen, warum. Ich untersuche das Verschwinden einer Person, die mir sehr nahe steht. Ihr Freund, Emmerich Voss, steckt dahinter. Also dieser große Kreis. Die glauben, er ist eine Verbindung zu einer Art Macht? Voss zumindest. Er denkt, er kommt so in die Geschichtsbücher. Das muss ich mir genauer ansehen. Der, der Kreis muss geschlossen sein um... Was? Es gibt ihm einen Auslöser. Viel Glück, Indy. Der Legende nach werden diese Relikte eine große Macht, die den Lauf der Geschichte ändern könnte. Sie spielen mit Kräften, die Sie nicht kontrollieren. Sie sollten es wissen. Ich habe immer die Kontrolle. Sie machen das gut, Herr Jones. Gut genug, um Ärger zu bekommen. Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play zu Indiana Jones und der große Kreis. Wir machen da weiter, wo wir heute Morgen quasi aufgehört haben. Äh, ja. So. Ich wollte jetzt gerade mal kurz was gucken, aber irgendwie mag es nicht. Ja, wir fangen einfach mal an. Ich habe die... das Licht ein wenig geändert. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall hoch. Ja, zeigt uns das Ziel an. Da oben müssen wir hin. Was war das? Ich hoffe, mich sieht da keiner. Was hat denn? Ich habe noch was gesehen. Ach, weg hier. So, Jot. Wir sind auf dem falschen Weg. Wir müssen zurück. Dann müssen wir einfach mal hier hoch. Ja. zu diesem Feld, oder was. Ja, überall die Soldaten. Ja, da müssen wir hin. Ganz, ganz schön vorsichtig. Dann kriegen wir das auch hin. Was? Ist das ein Soldat? Was? Ja, da muss man hin. Ull, da drinnen. Nazis zu bestehlen kann nicht falsch sein. Ja. Ich bin verblüfft. Ja. Ich bin verblüfft. Ja. Da müssen wir rein. Ich bin verblüfft. Was ist das? Ja, das ist hier. Wir sind hier. Wir müssen da einfach rein. Ich bin verblüfft. Ich bin verblüfft. Ich bin verblüfft. Ich bin verblüfft. Ja. Sammeln, wie viel brauchen wir. Es gibt so wenig von unseren Besten. Was ist das? Das war's für heute. 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 Wie komme ich da jetzt rein? Das war's für heute. 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 Aber so geht's. Das war's für heute. 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 Oh man, 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 oh man. oh man, 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 oh man Haben Sie das Medaillon? Ja. Gibt es Hinweise auf Laura? Nein, nichts. Oh, was ist das? Wow. Hier war Tausende von Jahren niemand mehr. Was, Heiligtum, erkunden? Das machen wir doch mal. Richtig cool, also hat man nicht. Vielleicht mach mal ganz aus, dann kann ich besser erkunden. Vielleicht wegen diesem großen Loch? Ja. Passen Sie auf. Ich sehe den Boden nicht. Das ist so aufregend, Dr. Jones. Es ist zu dunkel hier. Gut, der Dorfmarkt. Vielleicht gibt es da was Nützliches. Gehen Sie nur. Ich warte hier auf Sie. Nicht Kölner suchen. Wieder das Gleiche. Das ist so blöd gemacht. Gehen Sie eigentlich. Wie geht's der Saube? Dorfmarkte. Das ist so öde. 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 Was jetzt? Sehen Sie, ob es da reingeht? Das sehen wir uns mal an. Kommen Sie durch? Ja. Warten Sie. Ach, shit, man. F. Ist der blöd jetzt? Wom geht das denn jetzt nicht? Hier ist Onyx. Oh, wie cool, eh? Das Tor öffnet sich! Kommt Sie, Strambo! Hey, langsam! Da kann ich auch gleich mit der Mauer reden. Ich bin eine Nervensäge, Dr. Jones. Aber Sie können sich auf mich verlassen. Ich merke's mir. Sind es die Wächter? Sieht ganz danach aus. Das waren Künstler, Meister ihres Fachs. Schönheit hat er für sie den höchsten Wert. Ja. Wurde zum Glück nicht vom Sand verschüttet. Oh, geil. Ach, guck mal. Spiegel. Spiegel. Eine Maske. Eindeutig. Ob wir die hier rausschaffen können? Ja. Man muss jetzt nur... Wir werden es versuchen. Die Golden Maske beschaffen. Jetzt muss man nur die Spiegel, ne? Wie raffiniert. Sie konnten das Licht mit diesen Spiegeln lenken. Hm. Mehr geht nicht. Ah, ja, 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 das ist blöd. Ja, aber wofür? Warte, da geht's nicht. Das ist blöd. Ach, hier. Ja. Vielleicht zeigt sich was, wenn man Licht auf die richtige Stelle lenkt. Ja, genau das macht Licht. Es zeigt Dinge. Ja, wirklich, Professor? So, E. Sie das gehört? Ja, das habe ich gehört. Es reagiert auf Licht. Jetzt der andere. Lassen wir das Licht von den Spiegeln da unten reflektieren. Schlechte Perspektive. Eine goldene Zermonienmaske. Gut gesichert. Die Spiegel. Die müssen der Schlüssel sein. Ja, aber wofür? Vorsicht. Sehen Sie. Nimm die Maske des Ruppels. Wow, wunderschön. Was ist das? Zeremonienmaske. Wahrscheinlich von den Wächtern. Darf ich mal sehen? Hey. Was, wenn die Wächter im alten Ägypten so furchterregend aussahen, dass sie diese Masken tragen mussten? Keine schlechte Theorie. Oh, ich will Ihre Katzenmumie, Dr. Jones. Stillhalten. Nein, 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 nein. Nicht! Alles in Ordnung? Ja, aber schon. Pa. Tut mir leid. Wunderbar. Und wie kommen wir hier wieder raus? Oh mein Gott, der Boden. Ah, Skorpione. Schnell, Fackel anzünden. Nicht doch! Wir müssen hier raus! Was Sie nicht sagen! Was ist damit? Sieht aus wie eine Tür. Da geht es raus! Na los! Oh nein! Eine Sackkasse! Hey, da ist eine Fackel drin. Husch, husch! Raus hier! Hier, eine Schwachstelle! Können wir die Mauer zerstören? Ich werde es versuchen! Wir brauchen was Schweres! Boah, was Schweres! Da haben wir was! Was ist los? Ist das ein Ausgang? Wohl nicht. Hier, ich hab was! Überaus nützlich! Verscheuchen Sie nur die Skorpione! Wir müssen uns mal heilen. Ja, bitte. Kurze Pause. Sekunde. Ich lerne mal, was Schweres hier einbrennt in den Bildschirm. Schönen Sie das? Ja. Das ist, wenn man hier draufkriegt, das ist davon, das brennt da einfach ein. Du sagst, du bist bei weniger hellmacht. Ja, ist okay, aber du bist schon eigentlich auch ganz normal verwahrt, auf wie wenig das gestellt ist. Ja. So, geht weiter. Ja, jetzt muss man gucken, dass er hier rauskommt. Das ist doch lächerlich. Oh, geil. Auch wieder so ein Ding. Ein Spiegelrätsel. Wir sind weg. Noch sind wir nicht raus. Keine Sorge. Das ist doch nur ein Spiegelpuzzle, oder? Da. Hm. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier so machen können, ne? Geht's hier durch? Nee, das geht hier nicht durch. Lass mal kurz fotografieren, Anna. Das könnte doch einer unserer Wächter sein. Ob wir den fragen können, wie man hier rauskommt? Mal sehen. Funktioniert. Sieht nach einem dieser Sockel aus. Ja, nur der Spiegel fehlt. Jetzt die nächste Tür. Alles klar. Der Spiegel fehlt, ja. Der Spiegel kommt zwar an die andere Tür, wahrscheinlich. Ey. Sie haben ihn zerbrochen. Ich? Vielleicht hätten die den damals ein bisschen robuster bauen sollen. Ach Gott. Können Sie mich da hochheben? Dann kann ich nachsehen, ob hinter der Tür was brauchbares ist. Ja, will ich. Wie denn? Bereit machen. Da ist der Spiegel. Alles okay? Gute Arbeit. Brauchen Sie Licht? Nein. Da kommt irgendwo Licht her. Ich hab was im Gerümpel gefunden. Einen Spiegel. Schieben Sie ihn durch. Hier. Bitteschön. Gut. Sehen Sie auch einen Weg raus? Ja. Keine Sorge. Nein. Na also. hier noch ein spiegel sehr schön und wohin damit was wenn ich hier drüben stehe und sie das licht auf mich lenken dann kann ich es auf das augensymbol der statu reflektiert funktioniert sie öffnet die tür wir sind noch nicht durch ich könig hier ob es vielleicht seine nachkommen die wächter müssen von den königen der alten ägypter sehr geschätzt worden sein bei dieser behandlung garantiert ach wir sind draußen das noch ich glaube wir sind unter dem raum von eben die mögen das licht nicht ja mal sehen ein spiegel helfen sie mir hoch warum schatz ich höfst ihr hoch wie läuft es sie müssen darum ich halte ihnen die skorpione vom leib wenn ich gut ja 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 Okay, hier war auch was. Was ist das? Eine Stähle mit einem Wächtermotiv. Die bringen wir Nawal mit. Ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich Schätze aus Gräbern stehlen und behalten würde. Ich bin kein Grabräu... Die Geschichte sollte zum Wohl aller zutage gefördert werden. Wir können viel aus der Vergangenheit lernen. Oh, hab ich einen Nerv getroffen? Ich bin kein Geheimnis. Ich bin kein Geheimnis. Ich bin kein Geheimnis. Wir sind draußen. Wir sind zurück, Dr. Jones. Ich gehe vor. Ich kann Sie hochziehen. Oh, shit. Es ist gut. Hat Spaß gemacht, Dr. Jones. Fast zu sterben? Ein Heidenspaß. Sie wissen schon. Jetzt verstehe ich Ihren Schatzjägerfimmel. Ich will einfach nur ein paar Dinge gerade rücken. Wissen Sie was? Bringen Sie die Nawal. Die ist für Ihr Museum. Wirklich? Ja. Sie machen das gut, Dr. Jones. Sie mitzunehmen war eine grandiose Idee. Mich mitzunehmen? Ja, Strambo. Strambo, geil. Sie haben mich mitgenommen? Ja, ich bin halt ein Genie. Ja. Die Wächter wurden wie Adlige behandelt. Was hat sie so besonders gemacht? Oh. Wir gucken mal, ob wir noch ein paar Sachen ändern können. Die Wächter wurden wie Adlige. ich bin ganz kurz ob man ja nicht irgendwie fähigkeiten hat abenteuer ok ja da gibt es jetzt wieder punkte wo wir hin müssen aber mal sorry gut ok danke fürs zuschauen ich hoffe ich kann euch ein wenig unterhalten und ihr hattet spaß ja wir sehen uns dann beim nächsten mal wenn es dann wieder heißt indiana jones und der große kreis danke fürs zuschauen habt noch einen schönen abend und bis bald und 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 Bis zum nächsten Mal.